Musik So endlich ist es wieder soweit, ich nehme wieder auf. Wenn man es vielleicht ein bisschen hören kann, ich bin ein wenig ergältet. Und jetzt gebe ich zuallererst mal den Ork-Zahn ab. Beziehungsweise löse hier diese Quest ein. War das nicht hier? Jupp. Kugel ist voll. Ähm, gut. Ja, das... Andere Quests her. Ja, jetzt gebe ich mal noch den Ork-Zahn ab. Ja, außerdem habe ich etwas Großes zu verkünden. Also heute ist der Freitag. Heute werde ich mich um das Abo-Special kümmern. Das wird auch einen Preis geben. So viel schau mal vorne weg, aber dann mehr dazu im Abo-Special. Ähm, das Abo-Special handelt davon, dass ich jetzt 200 Abonnenten habe. Und ja, da möchte ich einfach ein bisschen was zurückgeben. Ähm... So... Ha, schon wieder eine kaputt. Ist der zweite jetzt kaputt. Einer war erfolgreich. Ich werde nachher noch eine Pferde-Quest machen. So, Sekunde. Ich werde wieder auf, wenn ich dort... So, jetzt bin ich auch schon wieder hier. Ähm... Jo, wie man sehen kann. Hier eine Form S plus 6. Ich hatte, der, wie er eben noch gesehen hat, hatte ich hier noch diese 5 Säges. Dann habe ich eben noch eine Form S plus 1 gezogen. Und es hat alle geklappt. Hade ich wirklich extremes Glück. Diese Form S aus dem Lager geholt. Ich habe die, ähm... Zum wilden General getroffen. Nichts Besonderes. Und jo. Jetzt werde ich weiterleveln. Und zwar... Den OTM. Davor möchte ich mir mal die Rose angucken. Also, Sekunde. Ich öffne die kurz auf dem Weiblich-Card. So, die Form... Äh... Die Rose war der volle Flop. Ich habe... Ähm... Gerade einmal... 5 rote Tränke bekommen. Naja, was soll's. So. Dann gucken wir mal, ob wir nicht hier noch ein bisschen vorankommen können. Ah! Ich wollte vorher noch was machen. Also, das ist doch mal Report wert, oder? Weil das darf man ja eigentlich gar nicht. Das muss ja noch. Das ist zwar kostspielig, aber ich muss es machen. Ich hoffe, es killt. Noch habe ich die Chance. Ich möchte ja farmen. Nein! So, Sekunde, und die zweite Runde beginnt. Sekunde, so. Jetzt muss ich das hier in die Höhe pushen. Oh, wieder nicht. Ich lobe es nicht. Ja, da kann man auch nichts von ändern. Ich glaube, ich filme es einmal nicht. Vielleicht klappt es ja dann. So, das habe ich einmal nicht gefilmt, und es hat geklappt. So. Das nennt man mal Glück, was? So, jetzt gehe ich UTM. Ich sag mal, plus Sex ist hier vorm S schon in Ordnung, also. Ich denke mir, da gibt es schlechte Sachen, ne? Oh, Mann. Ausgerechnet Luisa. Jetzt darf ich mir garantiert die ganzen Sexdetails von ihr und Juri anhören. Luisa! Ich hab's euch nicht lachen. Meine liebe Hichte, mein Schatz. Wo hattest du denn dann welches? Ach, ich hab's.